ja hallo zusammen wir stehen heute hier am bahnhof von au sieg und haben vor eine selbst gebastelte tour zu gehen und zwar von au bis nach rosbach an der sieg und zwar auf der westerwaldseite und wir denken dass wir etwa 14 kilometer sind höhenmeter wissen wir noch nicht wir lasst uns überraschen und ihr auch kommt mit so jetzt verlassen wir erst mal au gehen über die sieg und sind dann auch schon in rheinland-pfalz jetzt befinden wir uns gerade noch so am zipfel von nordrhein-westfalen so jetzt haben wir die zivilisation auch schon mal verlassen und hier wird es schon ein bisschen wild und matschig richtig schön wilder fahrt hier direkt an der sieg das macht schon mal spaß man sieht dass die hänge hier richtig steil nach oben gehen das ist ein bisschen das ist ein bisschen Es sieht alles wie im Dschungel aus momentan. Wieder eine Gegend, in der man schon oft war, wo man aber gar keine Ahnung hatte, dass es da so spannende Pfade gibt. So, jetzt queren wir hier die Eisenbahnstrecke von Au nach Altenkirchen. Ah, und hier riecht es ganz toll nach Waldmeister. Das müsst ihr euch jetzt einfach mal vorstellen. So, jetzt durchqueren wir den Ort mit dem schönen Namen Geilhausen. Aber wir werden noch einen anderen lustigen Ort kennenlernen heute. Die Krennstraße deutet darauf hin, dass wir jetzt Rheinland-Pfalz auch wieder verlassen Richtung Nordrhein-Westfalen. Hallo. Hallo. Auf und werfen. Ja. ... Das war's für heute. So, hier machen wir einen kleinen Abstecher, denn hier gibt es etwas Besonderes, das man so vielleicht nicht hier erwarten würde. Dieser kleine Weiler-Hassel ist nämlich inzwischen ein buddhistisches Kloster. Hier gibt es auch so einen kleinen Informationsraum, auch mit der Geschichte des Klosters und auch etwas über die Geschichte des Buddhismus in Deutschland. Ganz interessant gemacht. Und man wird hier auch liebevoll empfangen und bekommt einen Tee. Ja, das war eine schöne Begegnung da eben in dem Kloster. Wer auch für längere Zeit da mal sein möchte, hätte auch die Gelegenheit, denn es gibt da auch so kleine Häuschen, die man sich einmieten kann für eine gewisse Zeit und dann auch am Klosterleben bei Bedarf teilnehmen kann. Aber die haben auch eine eigene Website, da kann man noch mehr drüber erfahren. Kloster Hassel. Ja, zur Abwechslung geht es jetzt auch mal ein Stück an der Landstraße entlang. Lies sich nicht vermeiden. Ja, es gibt ja dann doch immer noch mehr Wiege, als man so beim Blick auf das Navi denkt. Der hier war zum Beispiel gar nicht vermerkt. Bist du der Chef hier? Bist du der Chef? Ja, jetzt kommen wir in den Ort Schabernack und hoffen mal ganz stark, dass die Pausenbänke hier nicht angesägt sind von den Bewohnern. Wenn es überhaupt schon mal eine Bank gäbe. Denkt man wenigstens in der Bushaltestelle gibt es wahrscheinlich eine Bank, aber das ist nur eine Single-Aufenthalt-Bushaltestelle. Naja. So, jetzt erkennen wir wahrscheinlich daran, ob sie angesägt ist, ob die Bank zu Schabernack oder zu Leithecke gehört. Und eher zu Leithecke. Ja, ist stabil. Kein Schabernack. Tja, Leithecke. Das gleiche Bild. Das ist hier Tradition. Das ist wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür, wie viele Leute hier mit dem Bus fahren. Das ist wichtig, wie viele Leute hier mit dem Bus fahren. Also, wir haben uns hier mit dem Bus fahren. Ja, das ist natürlich auch ein Zeichen für die Bank. Das ist die Idee. 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 gegangen und hat eine richtige Spur hinterlassen. Wie ein Fahrzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da sind wir wieder an der Sieg. In Roosbach. Ja, damit neigt sich diese Tour auch dem Ende zu und es stellt sich wieder die Frage, wie viele Socken hat die Tour heute verdient? Ja, war doch schön und vor allem interessant. Ja, also der erste Kilometer war sogar richtig spektakulär. Danach war es dann eher idyllisch zum großen Teil. Manchmal auch über Terwege. Das hat man nicht so in dem Umfang erwartet, aber das kann halt beim selbstgebastelten Weg immer passieren. Ja, und viele interessante Sehenswürdigkeiten am Wegeswand. Ja, also dieses Kloster ist zwar jetzt in dem Sinne keine Sehenswürdigkeit, so dass das eigentlich also jetzt kein Tourimagnet, aber es ist ein wunderschöner Ort. Ja, also die haben schon ganz bewusst ihr Kloster da gewählt. Da kommt man wirklich zur Ruhe, kann man sagen. Ja, ansonsten auch viele interessante, nette Tiere gesehen heute und im Mai zu wandern ist ja sowieso immer ein Geschenk. Könnte man vielleicht heute siebeneinhalb Wandersocken geben? Ja, würde ich auch sagen. Wieder viel Neues gesehen und gut erholt. Hennet im Siegbogen. Umstieg in Fahrtrichtung rechts. 1 1 2 1 2 2 2 3 Masj